Was den Prozess der Produktion betrifft, so müssen wir ein neues, gewaltiges Phänomen diskutieren, das erst vor kurzem in der Menschheitsgeschichte auftauchte und auf dem Weg ist, alles zu verändern. Man nennt es Mechanisierung oder Automation von Arbeit. Wenn du dich umschaust, wird dir auffallen, dass fast alles, was wir heute benutzen, automatisch hergestellt wird. Deine Schuhe, deine Kleidung, deine Haushaltsgeräte, dein Auto und so weiter. Diese Produkte werden automatisch und von Maschinen gefertigt. Können wir behaupten, dass die Gesellschaft von diesen großen technischen Entwicklungen unbeeinflusst blieb? Natürlich nicht. Diese Systeme diktieren geradezu neue Strukturen und Bedürfnisse und machen vieles überholt. Wir haben exponentielle Fortschritte in der Entwicklung und Anwendung von Technologie gemacht. Automatisierung wird also definitiv weitergehen. Man kann Technologien, die einfach Sinn machen, gar nicht aufhalten. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Das macht Sinn.